3, 2, 1 ADHS, du hast ADHS Richtig Und bist damit teilöffentlich, glaube ich auch Ja, schon doch Oder hast du schon mal Ja, ich habe kein Video darüber gemacht und sage Das ist mein ADHS-Out-Ding Na, jetzt schon, das ist halt schon ein Clip jetzt hier Clip jetzt, äh, hungriger Hugo freut sich Ähm, ne, der kann sich ficken Pass auf Ja, was soll ich das denn sagen, Alter, ist halt so, ne Also, damit geblieben Also, darf ich alles fragen? Ja, ja, klar Nimmst du Medikamente? Nein, nicht mehr Habe ich gemacht, äh, sonst hätte ich wahrscheinlich mein, mein, äh, Abi damals nicht geschafft Also in der Schulzeit noch, aber auch während du dann schon Videos gemacht hast Ne, da nicht mehr so wirklich Ich glaube noch in der Ausbildung so ein bisschen, immer so punktuell Äh, Bulk-Learning gemacht, abends, äh, Ritalin geknallt und dann, äh, den ganzen Text auswendig gelernt Ja, abgerufen, eine Eins geschrieben und dann war es das wieder, da war es wieder weg Das hat dann, funktioniert auch ganz gut, Ausbildung mit Eins Wie ist das Gefühl so, äh, mit Ritalin dann sich so durchzuarbeiten? Bist du dann wirklich, würdest du auch sagen, das ist dann so eine Wesensänderung so bei dir? Ja, ja, voll, voll Also das Ding ist, wenn du, ähm, Ritalin ist ein leichtes Amphetamin tatsächlich Also das lässt sich auch sicherlich, wahrscheinlich hast du sehr viele Leute, die Drogen nehmen, die hier zuhören Du bist ja auch jemand, der sehr viele Drogen genommen hat Ja, die verstehen immer noch nicht, dass ich kein Nazi bin mit dem Namen Richtig, genau, ähm, Sturmwaffen, come on Ähm, genau, und, äh, das heißt, du fällst in so einen Tunnel auf jeden Fall Also du bist in einem, in einem, in einem aufmerksamkeits Tunnel Das haben aber ADHSler sowieso Teilweise, wenn ich mich für eine Sache interessiere Da bin ich ganz anders als sonst Dann bin ich wirklich nur 100% da drin und mach nichts anderes Dann ist alles um mich herum ausgeblendet Ähm, das muss aber dann eine Sache sein, die so intrinsisch für mich Interesse ist Das ist nichts, was ich mir einfach so, wo ich jetzt sage, so Tunnelahnung gut ist Und da ist das halt so Also da ist dann wirklich ein ganz anderes Level an Konzentration und Ruhe auch tatsächlich Und, äh, einem ist so ein bisschen kalt und man hat keinen Hunger Das ist kein Witz, wirklich Du hast keinen Hunger, ne? Also fast gar nicht mehr, ne Krass Ja Aber du hast gesagt, so mit YouTube hast du jetzt gar nicht mehr gemacht Hat YouTube da auch so ein bisschen geholfen, das alles immer so rauszulassen Stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich würde mich die ganze Zeit, äh, ich meine, damit unterdrücken Beziehungsweise Wesens ändern Welcher langweiligste Mensch der Welt Achso, das ist schon, äh, auf jeden Fall ganz geil, dass ich dir einen Job hab Auch sowieso, ich meine, das Gute ist, je mehr man Weil viele benutzen das ja nach wie vor, gerade im Kontext mit dir Als, äh, immer so als Gag Aber ich glaube, äh, ein paar Leute werden tatsächlich jetzt zum Beispiel Entweder in diesem Podcast das erste Mal raffen, dass du wirklich ADHS hast, ne? Ja, ja, safe, safe Weil das ist ja so ein Gag um Revi drumrum Ja, ja, aber das Und jetzt ja gerade mehr mit Sebastian Aber das Ding ist, das Ding ist, ähm, wenn ich mir das anschaue Super viele Leute haben auf jeden Fall ADHS um mich herum Also Züge da, wo ich selbstdiagnostisch sagen würde Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, Krankheitsspektrum oder sowas Was auf jeden Fall zugweise darunter zählt Ja, aber das ist ja auch unser Generationenproblem Wollte ich gerade sagen Also du kannst mir auch nicht erzählen Also da hab ich mit Nico auch schon drüber gequatscht Nico zum Beispiel, der ist ja auch durchgehend auf 180 Ja Der ist ja auch nicht komplett clean im Kopf Ne Weißt du, was ich meine? Also das ist aber, wie gesagt, ich glaube, bei uns relativ normal Deswegen muss ich sagen, umso älter ich werde, umso weniger konsumiere ich auf Social Media, weil ich nicht mehr kann So, ich will einfach ein bisschen langsamer werden Ich nicht Ja, ja, genau Aber, ne, aber weil ich auch selber merke, dass ich dann so, sobald ich mit TikTok mal angefangen habe Oder jetzt mit YouTube Shorts oder so, dann kann ich kein Video mehr beruhigt gucken Weil das muss dann alles schneller werden und dann dementsprechend, ich glaube, wenn der das von klein an Was stinkt denn hier so? Ist der der Mund, Alter? Lecker Also ist ja ganz egal Stimmt irgendwas nicht Okay, dann müssen wir gleich mal wieder, müssen wir in einen äschern Bitte nicht Machen wir einen Podcast Ähm, ja Der kleine Wuff, der liegt ja die ganze Zeit auf dir Ne, aber finde ich tatsächlich ganz interessant Machst du inzwischen gar nichts mehr für oder ist so ein bisschen ruhiger geworden, weil du kannst ja jetzt auch Also ich sag mal, im Vergleich zu, im Vergleich zu dann, wenn wir Das stinkt einfach noch Was ist denn mit dir? Im Vergleich, wo wir angefangen haben, irgendwie was miteinander zu machen, weiß ich auf jeden Fall Da warst du auch noch viel mehr auf 180 Also als ich bei dir war und wir haben irgendwas aufgenommen damals, als du in Simons alte Wohnung gezogen bist, Alter, da warst du wie ein Flummi Ja, guck mal Ich hab einfach nicht mit dir zehn Minuten reden können, wir waren halt alleine und es lief keine Kamera und ich dachte mir so, Digga Dadurch, dass man aber natürlich auch älter wird, wächst sich das auch ein Stück weit raus, man verliert das nie komplett Das Schöne an der Sache ist allerdings, und das fragen mich immer alle Man gibt direkt an die Kinder weiter Erstmal das, erstmal ist das genetisch super geil So die Kinder von mir werden richtig anstrengend, deshalb hab ich mir auch wirklich, also das hab ich mir auch schon gesagt Es wird häusliche Gewalt geben, das ist klar Und, ähm, was denn? Ne, alles gut Ne, klar, also das kann ich auch noch weitergeben, das ist bei uns Familientradition, das passt Pass auf, ähm, das Schöne an der Sache ist Ich kenn deine Eltern Ja, ich war der, der häusliche Gewalt ausgemacht hat Achso, du warst das Ich war der Schläger Ähm, das Schöne ist, dass ich dadurch sehr viele Sachen, ich würde nicht sagen simultan machen kann, aber auf jeden Fall dazu neige Multitasking fähiger zu sein als ein Durchschnittsmensch wahrscheinlich oder als jemand, der damit nicht belastet oder konfrontiert ist, wie auch immer Weil ich halt einfach, äh, sehr viel Fokusshifting relativ schnell machen kann Das heißt, ich hab ganz oft, wenn ich ein Meeting habe, ich höre tatsächlich zu Mhm Eigentlich ist ADS, dass ich, äh, Leuten nicht sehr gut zuhören kann und so Wenn ich aber wirklich Interesse an der Geschichte hab, dann ist es genau so, dass ich da einen Tunnel drauf hab, kann aber trotzdem nebenbei noch Dinge machen und zone aber nicht raus, das ist ganz schön Dann sitzt aber jetzt jemand vor mir, mit dem ich überhaupt gar kein Interesse habe Ne, sonst hätten wir kein Gespräch Ja Dann, ähm, dann, dann, dann bin ich da raus, dann höre ich dieser Person nicht zu und dann bin ich immer wieder mal zoned out und komme dann immer wieder ins Gespräch mit zurück Das Schöne auch dabei ist, dass ich, glaube ich, eine ganz andere Belastbarkeit habe als andere Leute Also das ist halt wirklich, ähm, wenn ich jetzt überlege Das fasst schon so ein bisschen deine Superpower, gerade bei so Streams und sowas, wie man da immer Absolut, nicht nur Streams, sondern auch einfach wirklich 40 Projekte mit drei verschiedenen Companies am Tag zu machen, dann geht's nochmal um Immobilien, dann geht's noch um das Label Dann geht's um den eigenen Content, dann wird noch gestreamt, wo ich dann noch mit 70% mehr Power setze als jeder andere wahrscheinlich Dann ist das schon ganz geil Und, äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir unglaublich weitergeholfen hat, also nichts, was mich irgendwie zurückgehalten hätte, was ganz schön ist tatsächlich Ja, also sozusagen das Beste draus gemacht Auf jeden Fall, den besten Job dafür gefunden, definitiv Ja, ist wirklich, glaube ich so Also besonders, weil es ja immer so ein Meme und so ein Gag dann bei dir drumrum geworden ist und dann irgendwie nur so 0,5% gesagt haben, so, aber wenn der so ist, dann hat der das Ja, ja, richtig, richtig So, und tatsächlich hast du das, aber, ähm, Ja, war mir, äh, fand ich mal, fand ich mal ganz interessant, also auch danke, dass ich da fragen durfte, weil das ist ja bestimmt auch, äh, so semi, semi geil Ich könnte das, deswegen ist, ich könnte mir, glaube ich, jetzt wahrscheinlich sogar noch Ritalin holen Und ich glaube, das lohnt sich sogar nicht zu verkaufen Stell dir mal vor, du holst dir Ritalin und dann gibt's jetzt jemanden, der es gar nicht braucht, so Trimax Und dann konzentriert er sich nur noch auf so ein Licht Alter Was das auch auf den angeht Einfach so ein 20-Stunden-Stream-Trimax Boah, einfach so Elefanten-Tranquilizer Und dann muss er ein Pack-Opening machen Ja, das ist ja auch noch so ein Stream, den wir unbedingt machen wollen Trimax im K-Hole, also Trimax auf Ketamin Das wollen wir unbedingt alle sehen Wenn er einfach nur noch so Trimax auf Ketamin Das ist auf jeden Fall, ähm Ey, ich mag, ich mag, äh, ich mag Trimax auch so mega gerne Absolut Ich bin immer nur auf Events getroffen und jedes Mal das Gleiche Yo, Freddy, yo Soll mir, äh, dann sag ich immer, wir kochen mal Ja Ja, mega geil Ja, mega cool, find ich richtig gut Ja Und dann, äh, sag ich so, ich muss mal nach Hamburg, dann sag ich dir Bescheid Auf jeden Fall Ja Ja, safe, man Und dann weg So, und dann, dann sehen wir uns nie wieder Und ich denk mir so Du fährst doch nicht in Hamburg Wir haben nicht mal, nicht mal Doch, wir machen tatsächlich eine Tour dieses Jahr Ja Wir haben ja unseren Truck jetzt fertig Stimmt, das ist eine Sache, da hab ich mir ein paar Videos reingezogen So, geiles Ding, geiles Ding Ja, leider, Videos performen natürlich jetzt wieder, weil es nicht kochen ist Äh, gerade so ein bisschen so Aber wir fangen jetzt bald an Äh, da werd ich dich auch nochmal mit ins Boot holen Äh, mit ein paar Leuten zu kochen Geil Äh, aus dem Truck dann immer ein paar geile, paar geile Gerichte Was hältst du davon Also, ich hab die Möglichkeit über Red Bull, ne Komme ich an diese Red Bull Trucks dran Die mit dem DJ-Setup drauf oben Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf oder halt nicht, ne Ich mach's jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert Also, auf jeden Fall, wir haben gerade auch Red Bull in der Pipeline tatsächlich Die haben uns angefragt, weil die das Projekt auch so geil finden Nice Ja, Content, Content-Partner Gebe ich nochmal ein Big Kiss raus an ganz Team Red Bull Aber wir machen das nicht wie bei dir mit, äh, du bist ja der einzige richtig Deutsche Momentan, ja Ja, genau Also momentan der einzige deutsche Social-Media-Influencer von Red Bull Ja, es heißt Player, genau Also, es war mal Non-Competitive Athlete Es war das Gleiche Dann haben sie extra für Ninja und mich einen eigenen Status gemacht Weil wir eSports richtig zu beschissen gewesen sind Das heißt, wir haben nicht kompetitiv gespielt, haben nur für sie gestreamt und halt Events gemacht Ey, ich kann's dir sagen, wie es ist Und da muss ich auch wirklich nochmal, also das ist auch hier nicht Paid Promotion oder sowas Wenn ich so Events machen kann, wie das mit dem Drift Brothers da Ich weiß nicht, ob du's gesehen hast bei mir das Video Ja, hab ich gesehen, ja Und solche Geschichten, hey, das ist mega geil Also für mich ist es halt der Content-Partner schlechthin Weil ich kann wirklich jeden Extremkram bei denen pitchen Und es heißt nie, what the fuck, nein So, wenn ich sage, so, ey, kann ich mich mit einem riesigen Triebock über einen See jeeten Und dabei mit einem Fallschirm fliegen Dann sagen die, we can make that happen, ja So, lass uns das angehen, das ist halt mega geil So, das ist halt wirklich ganz cool Und was ich gerade sagen wollte, ist, vielleicht kann man dann an so einen Chuck ran, ja Dann fährst du mit dem Ding und ich fahr mit dem Ding und dann stellen wir uns irgendwo hin Ich lege ein bisschen auf, du machst ein bisschen was an Essen Und dann mach mal so ein kleines Day-Festival irgendwo Ja, also Irgendwo fern wir mal raus an den See oder so, ist ganz schön Das ist ja genau bei uns auch die Planung Also wobei wir sind angefragt für, und die Sachen gibt's ja schon Da kann man ja auch schon einlenken bei dieses Jahr Sehr bezogen auf den Energy-Drink Da wäre ich nicht so 100%, weil ich seh's nicht in dem Truck Ich hab gar nichts gegen Red Bull Energy so an sich Ich lieb's Aber, ja, ja, aber die, diese Organic-Reihe, die die gemacht haben Geil, ne? Genau, da, da, das ist ganz interessant Also, mal gucken, ob's jetzt passiert oder nicht Ich weiß auch gar nicht, also ich hab nix unterschrieben, dass ich hier nicht drüber reden darf Ist hier in der Folge ein Clark-Placement drin? Äh, natürlich, also mit dem Code Sturmwaffel Legit könnt ihr jetzt einen 45-Euro-Amazon-Gutschein Hast du Clark gemacht? Ja Ja? Du auch? Ich hab's immer abgesagt Ja, ich hab's Wir haben sehr viel gezahlt, ne? Ich hab's, nee, nee, ich hab's einmal Doch, wir haben dir sehr viel angeboten Ne, ich kann auch offen drüber reden Ich hab's einmal gemacht, jetzt noch gar nicht so lange her Im Stream, aber war keine Video Wir haben mir für, wirklich, also für Instagram-Stories haben sie mir einen insane hohen Betrag geboten Okay Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich's machen kann Ich hab auch zweimal gesagt, nee Und der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe ist Und das kann ich auch hier nochmal ganz offen und ehrlich sagen Geht Ist einfach, ich hab zwei neue Leute eingestellt Und mir geht's Arsch auf Grundeis, bin ich ganz ehrlich Nein, ich durfte offen und ehrlich darüber reden Und konnte auf alle Kritikpunkte, die gemacht wurden Von allen anderen, die auch diese Clark Placements reviewt haben Eingehen Siehe, ich rede, wenn ich darüber geredet habe Hab ich gesagt, ich bin niemand, der sich mit Versicherungen auskennt Bitte informiert euch selber darüber Ihr tretet durch ein Maklermandat alle eure Versicherungen ab Und ihr macht das dann in der App selber Richtig, das sind also so Punkte, wo ich gesagt hab, boah, weiß ich nicht Ja genau, aber das sind halt auch genau solche Dinge, wo ich gesagt habe Das wurde halt in diesem ersten Kreis Gar nicht gemacht Gar nicht behandelt Und wenn ich da, ich hab halt gesagt, wenn ich da nicht drüber reden darf Und frei sprechen darf, dass ich A keinen Plan habe von Versicherungen Und B, das auch echt, vielleicht bei so kleinen Versicherungen Okay, let's go Do it, ist übersichtlich, du hast es direkt digital Aber bei größeren Versicherungen und das, da haben sie ja selber eingelenkt Und selber gesagt, so Bei so großen Versicherungen Erstmal vielleicht auch beraten lassen Kannst du natürlich auch durch den Service bei denen machen Aber auch vielleicht mit den Leuten, die du schon hast Und dann, wenn du schon bestehende Versicherungen hast Sagen sie auch selber Dann ist die App einfach nix für dich Und das finde ich halt auch vernünftig eingelenkt Und auch auf die Kritik passabel jetzt mal eingegangen Ne, das passt, das passt Das können wir mal einordnen Ich finde halt Offen darüber reden zu können Und zu sagen so, ey, ich kenn mich halt nicht aus mit Versicherungen Und wenn ich dann darüber Werbung mache Dann ist es ein rein informatives Video Wie stehst du dazu Kurz bevor du, also angenommen, du würdest jetzt aufhören Und es würde jetzt Marlboro an dich rantreten Und sagen, Freddy, du reitest auf dem Marlboro-Pferd Eine Runde in Aachen Wenn das Springreit-Turnier ist, reitest du eine Runde rum Schießt dreimal in die Luft Und sagst, Marlboro, rauch es Also wenn ich aufhören würde Mit YouTube Und kriegst du für eine Mio Würdest du es machen? Ich wollte direkt Ich wollte gerade direkt sagen Ich setze mir den fucking Cowboy-Hut auf Und ab geht's aufs Pferd, Alter Das ist eine Sache Ich muss ehrlich sagen Ich fände das einfach Das wäre so ein ikonisch lustiger Abgang Stell dir mal vor Du bist wirklich eine Ich sehe da Montana Black Absolut, absolut Stell dir mal vor Du bist eine 0815-Influencer-Influencerin Auf Instagram, ja Und machst die ganze Zeit den üblichen Kram 50, Ocean's Apart Und den ganzen Kack da, den es da gibt Baby's Beauty Palace einfach im Haus auf Ibiza Richtig, genau Dann sitzt die da auf der Terrasse Und auf einmal Leo Lucky Strike Leo Und dann machst du einfach Dann sagst du Tass auf Ab heute Die läuft zum Kinderwagen mit Julienko Und dann siehst du nur so einen Kippenstängel Der rauskommt Yeah Aha Yeah Der Podcast Ist vorbei Ist aber nicht schlimm Like doch rein Lass ein Abo da Und dann ist es over Yeah Seid ihr da? Turnover Und dann ist es auf